Katalog Nummer 35. Sie ist die Nummer 1 Vivify-Tochter mit 161 RZG, fantastischen 143 RZE, AMS-Tauglichkeit und A2A2. Die Familie um diesen Kalb bringt Besamungsbullen am laufenden Band. Katalog Nummer 35 ist die Nummer 1 Vivify-Tochter mit 161 RZG, fantastischen 143 RZE und A2A2. Die Familie von Diavolo hat uns bereits einen AI-Bull nach dem anderen.